Seine Affen, Seine Affen, Seine Affen, Locher Aktie kommt, also auch eine gute Aktie, Porsche, wie immer, ein ganz tolles Auto, die 87er Start, Wolfgang Heinz und der ganz andere Auto, Porsche Carrera 911, Baujahr 84, kommen aus Losheim am Sini, ein wunderschönes Fleckchen erding. Ich darf fragen, es ist der 3,2 Liter, ein ganz toller Wagen, ein super Erhaltungszustand, fantastisch gepflegt, sehr schnelles Auto, hat 231 PS, also auch sehr schnell, sehr leicht, mein Auto geht gedeckt, also weißer Leid, begleitet Sie, alles Gute, viel Erfolg. Ein BMW aus Pirmasitz, die Startnummer 88, genau aus Lemberg, wie Hauptmann und Dieter Reckl, der BMW 525i, Baujahr 1982, der Wagen an 2,5 Liter Hubraum, ist zum ersten Mal bei uns am Start, ist Originalzustand, schönes Auto, die Tochter durch die Schulter ist, Worms, richtig, Frau Walser, herzlich willkommen in Pirmasitz, aus Worms, in der in Pirmasitz, Automatik, Baujahr 86, das Auto ist im Pirmasitz zum ersten Mal, Neuerungswesen auf Top-Zustand, wie Gefahrbelung, Garage oder im Brücken, Frau Perl, also wie neu. Da hat sie ein Eisner-Navi gehabt, das ist auch ein ganzes Grund, da das erste Mal da ist. Die 90 am Start, der BMW 535i, was schnell ist, der ist richtig schnell der Wagen, also die Stehekinderruf. Die 90 am Start, der BMW 535i, die 20 am Start, der BMW 535i, was schnell ist, der ist richtig schnell der Wagen, von Willi Matzen, Sie geben das weiter vorgestellt aus Europas Villa und herzlich willkommen wie immer, alles Gute, ja wie, alles Gute, wie ihr wollt, lasst euch gut gehen, ja? Pforzheim, ein weiterer BMW aus Pforzheim, die Stand Nr. 2 gilt. Die Barragen dabei ist ein Mercedes aus Bürger. Und zwar Dieter Witzinger und Monika Müller mit dem BMW Alpina B7 Biturvo. Also was ganz Schnelles. Und 93 wurde das schnellste Auto, das in Deutschland P1 in Serie gebaut wurde. Das ist ein wunderschöner Pflegezustand bei diesem Auto. Alpina ist ja in der Damen und Herren. Was ganz Besonderes erwarten, sieht sehr original aus. Die Propeller ist alles original. Das waren 360 PS und dies im Jahre 1993. Den Hammer. Also das war was ganz Tolles. So ein stolzes Auto für das in Pforzheim. Viel Erfolg. Alles gut. PS AG 20. 93. 93. Ein BMW Pforzheim. Die Baujahre 7. Und 80. Mit besten Telefongeschwind aus Heschenstein. Zum 8. Mal im Klamersins am Stadtzimmer. Rotes die Heschenbrust. Alpina Fälscher hat er. Das ist vor ihm bei. Und auch den Namen der Bühner. Der original Alpina Fälscher. Ja. Und wir saugen zu ihm. Das ist vor ihm. Das ist vor ihm. Ja. Und wir saugen zu ihm. Das ist nicht so weit.